hallo und herzlich willkommen zurück bei einem weiteren spiel aus dem adventurous game jam von sanscape so als nächstes gucken wir uns an luna six luna six team of five mal gucken wer da so wer das hier gemacht hat music daf nefilem paf pete age und jenny nexus schöne grüße und ich gehe mal schwer davon aus dass das hier genauso wie die anderen spiele innerhalb von zwei wochen entstanden ist leider ist das ein google drive link deswegen kann man es hier nicht aus dem itch.io launcher starten aber ich habe es einfach mal anderweitig runtergeladen mal gucken mal gucken mond 6 ja hier mond da ist er nämlich schon settings hat das ich nicht gemerkt ich mache irgendwie mal das ultra whatever instructions w sd maus left button right button interact action okay inventory und switch view schön gut oh spy dark vielen lieben dank für den raid hallöchen herzliche willkommen bei mochi mit einem kleinen mini indie game mal gucken was uns erwartet bin sehr gespannt ah moin moin voll der kamera flug einfach hier schon im menü und hier die schrift wird sogar schattiert voll geschädet und so nice new game hey es weiß okay immer einmal vielleicht ah ja okay cool guckt euch die bürden an durch die bürden an noch ein bisschen lauter so view ah ja wir können umschalten was we need to shake it off we're in serious trouble was the reactor has been sabotaged and engineering sealed off who are you i can't remember anything who am i we need to uh get you to the reactor and shut it down before it gets critically ah ja eins nach dem anderen was 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 ach so ich kann hier auswählen who are you that blow to the head is worse than we thought listen to me we don't have time for this the reactor has been sabotaged yeah 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 i'm talking uh through the intercom chip implanted in your head ach so so we can communicate wherever you are okay just need your hands your eyes and your brain you can do this furchtbar oder furchtbar machen wir so weiß nicht wohin damit oh and one other thing the reactor will go critical in 15 minutes so you'd better get a move on the reactor it's inside the reactor don't talk you need to preserve your energy what's inside the reactor can you stand fragen master is why why did you uh dies from her wounds she's still holding her security pass i may need that she's still holding her security pass yeah it's only there's one last thing you need to know we think that security android is the saboteur be careful around it it will tear you apart if it gets gets its hands on you okay it's security pass you need to open the doors around the base Na dann nimm. 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 Boah, diese Bewegung. Alter. Huiuiuiui. Ja, nimm halt. Äh, warte mal. So ist Inventory. Genau. So ist View. Vielleicht Action-Menü. Warte mal. Ich probier's. Ah, so. Ah, guck mal hier. Nice. Äh, Take. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Okay, okay, okay. Gut, 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 gut. Huh, was? That Android has malfunctioned or someone has reprogrammed it. Either way, it's bad news. Android, you must desist in your current activity. Failure to do so will result in death. Okay. Stand down. You're malfunctioning. Diagnostics show no malfunctions or malicious code in my operating system. It's your last chance to surrender, engineer. Heise. Hey, heise. Ja. Äh, okay. Äh, okay. Äh, okay. Security door. Ja, sollen wir? Ja, sollen wir? Erstmal hier? Ich hab keine Ahnung. Lul. Wir versuchen, zu kommen, mich nicht bewegen. Wa, wa, was? Wa, wa, warum? Wa, warum kann ich mich nicht bewegen? Ähm. Gut. Ich glaub, hier sollte, hier, hier Dialog einfügen. Hier, hier Dialog einfügen. Ich glaub, wir haben's kaputt gemacht. Ich glaub, wir haben's kaputt gemacht. Ähm. Ja, nochmal, oder? Nochmal, komm. Wir probieren's nochmal. So. Ja, ich hab alles mögliche gedrückt irgendwie, aber, nee. Was haben wir für leuchtende Schuhe? Fancy. Äh, ich fack es off. Ja, ja. Also. I can't remember anything. Who am I? That blow to the head is worse than we thought. Don't have time for this. Okay. Ist also völlig egal, was wir da wählen. One other thing. Ja, ja. Ja, wir, wir wollen ja. Wenn wir nicht mit ihr reden, dann stirbt sie nie. So. Take. All right. Ja, ja, der Android. Ja, ja. Hallo, Android. Oder auch nicht? Hm. Wahrscheinlich. Standard-Security-Door. Somehow, I've got... Was? Gotten locked in here, ja. Okay. Kann ich denn... Oh, die Karte kann ich jetzt hier nicht benutzen, oder wie? Okay. All personell haben sich gebeten. Äh, ist richtig für uns, äh... Irgendwo, da irgendwo. Da hat noch nichts gesagt, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich kann mal rangehen. Achso, das hier ist auch eine Tür. Okay. Hier. Malfunction. Genau. Wer ist responsibel? Die Person, die responsibel für die aktuelle Krise in der Luna 6-Facilie ist, ist Sie! Das ist Ihre letzte Chance zu zurück, Engineer Hayes. Niemals. Und jetzt was machen? Ah, 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 hier. Äh, etwas in den Inventor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. So, und jetzt? Use? Ja. Ah, hervorragend. Ah, wir brauchen ein Suit. Okay. Was, was, was? Aha. Aha, aha, aha. Use? Attack oder so? Expose the secondary core, was? So, den müssen wir eher auseinanderbauen, wa? Okay. Uh. Hm, Klamotten. Klamotten. Das sind gar keine Klamotten. Ich dachte, das ist ein Kleidungsstück. Nee. Plasma Cutter. Äh, ja. It's one of the plasma cutters. We used to make repairs around here. Take. Hm, hab ich. Plasma Cutter. Okay, die sind hier am arbeiten. Das können die von mir aus machen. Äh, es ist keine gute Idee, das Ding aufzumachen, oder? My clearance has been revoked. Don't you have to find irgendwas? Some way to open this door, okay. Ah, achso, dann sind wir wieder... Hallo? Dann sind wir wieder hier. Dieses Blinklicht macht mich ein bisschen wahnsinnig. Und diese extrem glänzenden Oberflächen. Gut. Schwebenden, äh, Schraubendreher können wir leider nicht nehmen. Äh. Äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, äh, äh. Äh, also grafisch kann man machen. Fühlt sich so ein bisschen buggy an, die Steuerung, aber gut. So, was ist denn jetzt hier mit Eva's suit? Fühlt sich so ein bisschen abhängig an. A lock ist fused. I'm going to have to find something to cut it open. Aha. Aha. So, war drained. Ja. Ähm. Ja. Ja. Use on the console to unlock it. Hä? Was? Oh. Okay. Wie können wir den denn aufladen? Wie können wir den aufladen, den Cutter? Vielleicht. Hier ist nix. Hm. Hm. Äh, nur den Content. Äh, der war, ja. Also, die Engine ist, glaube ich, Unreal, oder? War das Unreal? Die ganze Engine in zwei Wochen. Never ever. Never ever. Ah. Entweder Unreal oder Unity. Ist immer eins der beiden. Okay. Reaktor muss in 10 Minuten geöffnet werden, bis wir den Cutter anziehen. Äh, ja. Ja. Wie können wir den denn aufladen? Äh, ja. Naja, man kann halt auch viel aus den Asset Stores benutzen, ne? Sehr viel gibt es in den Asset Stores an Kram, den man zusammen basteln kann zu einem Spiel. Wir haben sicherlich auch viel davon benutzt. Ähm, wir müssen das Ding hier auseinander nehmen, irgendwie. Expose the secondary core. Ja, ja, ja. Ja, ja. Weiß nicht wie. Talk. Das bin deactivated. Ja. Ähm. Ist partially covered in a panel. Ja, wir brauchen den verfluchten. Wir brauchen den hier. So ist es einfach. Kannst mir nicht erzählen, dass wir den nicht nehmen können hier. Oder? Oder? Ja, nein. Weiß nicht. Screwdriver. Meine Fresse. Es hat aber auch gedauert. Takes. Oh, jetzt aber. Oh, use. Okay. Can get the corner. Ist das so? Warte mal, warte mal. Warte mal. Warte mal. Take. Wo ist denn der core? Äh. Take? Wo ist denn der core? Look. Half repaired security, but the second day power core is exposed. Hm. Vielleicht kann ich, kann ich den jetzt einfach benutzen. Charge now. Ja. The core is depleted. Ja gut, kann er ja sein. Kann er ja. Hallo? Kann er ja sein. Duh. So. Plasma cutter, use. Ja. Okay. Gut. Gut, 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 gut. Gut, 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 gut. Ah, die Steuerung ist, äh, hakelig. Ja, nicht sehr, sehr hakelig. Durchaus. Hui. Boah. Alter. Ja, Scripting müssen die noch so ein bisschen, ne, 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 lernen. Okay. Äh. Hier, da, was weiß ich. Keine Ahnung. Äh. Looks like the console is fried. You're going to have to go around. Around? Outside, through the upper Ewa airlock. Past the mess hall. Security bulkhead was. Uh, follow the corridor at the bottom of the stairs. Gut. Können wir probieren. Oh, cool. Nice. No, nice. Dammit, that android has gotten loose. It's not going to stop. You're going to have to deal with it. There are some crates of mining explosives down the hall. Should be able to rig them to explode. Just stay ahead of that plasma cutter in its hands. Wo ist er denn? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ich kann mich gar nicht umdrehen. Jetzt kommen auch noch AI ins Spiel hier. Oder auch nicht. Weiß ich nicht. Okay. Uh. Ja. Forhead the security lockdown and allow me outside. Ja. Hä? Severed android hand. Nee, warte mal. Nehmen. Nehmen, nehmen, nehmen. Loose during the fight. Take. Hm. Okay, so und jetzt? Something that I can give over at authority. Ja, wir können die Hand probieren. Aber ist das jetzt eine gute Idee? Was ist denn mit den Explosives und shit? Warnung. Reaktor muss beendet werden in 10 Minuten, um ein Brunted Access. Okay. Und jetzt? Already done that, ja. Oh, äh. Ja. Oh, gemütlich. Gemütlich. Eine Runde zocken, oder? Ja. Ja. Wird immer besser. Ah. Na, guck einer an. Hä? Haben wir... Was? 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 Ich glaube, wir haben den Suit jetzt an, aber First Person ist jetzt nicht so gut. Ja, First Person ist jetzt schwierig. Okay, dann machen wir es halt so. Machen wir es halt so. Nearly at the reactor now, ja. Aha. Oh, ja. Oh. Oh. Die First Person Ansicht ist sehr beeindruckend. Hä, 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 hä. Ah, ja, 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 ja. Okay. Machen wir einen Mondspaziergang, oder? Guck mal, wie schön. So, und wo ist jetzt der... Wo, wo ist... Wo, wo, wo? 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 Oh, können wir jetzt mit dem Auto fahren? Ah, hier, guck mal. Das sieht doch nicht so schlecht aus. Was ist denn jetzt mit dem Entroid? Ach, ich weiß es nicht. Use. It's really the time for a joyride. Was? Natürlich. Old Rovers. Sit for short runs, ja, ja. Mach doch. Mach doch. Powercore. Take. Ja. Haben wir noch mehr? Ja, ja, ja. Take. Take. Sehr gut. Ja, wahrscheinlich. Da geh ich mit. Okay. Ich will mich hier noch ein bisschen umgucken. Oh, hier ist eine Alpha Wand. Na gut. Dieser Mond ist sehr klein. Äh, Force Field? Great. Was stand da weiter? Weiß ich nicht. Was, was, was stand da weiter? Was, 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 was? Will ich mir irgendwas machen? War da eine wichtige Information für mich? Hm. Hier noch irgendwas? Äh, nee, glaub nicht. Hm, 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 hm. Gut. Kraftfeld. Ja. In der Zukunft schreibt man übrigens von rechts nach links. Das ist so. Äh. That's a fact. Gucken wir hier runter. Nee. Nee. Glaub nicht. Ja, was, äh, was ist denn jetzt hier? Äh, was ist jetzt hier? Cutter. Können wir probieren. Ja, aber irgendwie. Hm. Ich kann hier aber halt auch überhaupt nicht interagieren. Von daher glaube ich nicht. Vielleicht müssen wir ja irgendwie, ach, Cable. Guck mal. Look. Power Cable. Good, sturdy stuff. Warnung. Reaktor muss beendet werden. In einer Minute. Hm. Katastrophische Fehler. Ja, ja, ja. Ja. So. Take. Bit heavy to lift. Wenn wir es denn irgendwie benutzen. Use. You know I might be able to use it. Ah, warum wir den Text weg? On something. Vielleicht. Sowas hier dran basteln. Ah, nee. Was ist damit hier? Noch ein Cable. Use. Hm. Hm. Nee. Damit noch irgendwas machen? I've wedged the power core against the... Against the accelerator? Was? Was? Ach so! Ah! Was? Huch! Oh, ich glaube, die Zeit war abgelaufen, oder? Gott, es ist sehr verwirrend, dieses Spiel. Ich glaube, die Zeit... Ich vermute, die Zeit ist abgelaufen. Ich weiß nicht, was hier geschieht. Wir haben den Power core gegen das Gaspedal gedrückt. Und jetzt hätte es wahrscheinlich irgendwie... Irgendwas hätte jetzt passieren müssen. Wir hätten es fast geschafft da rein. Alter, ist das verwirrend. Oh, ich glaube, ein neues Spiel kann ich jetzt auch nicht mehr machen. Oh Gott, ist das Buggy, Alter. Boah, ist das brutal Buggy. Ai, 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 ai. Oh, pfu. Hm. Ich will das jetzt wissen. Ich will das jetzt wissen. Ach, was für ein Spielstand. Einfach so. Er speichert ja noch nicht mal die Settings. Wie wir schon festgestellt haben. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Die Herausforderung ist, durch dieses Spiel zu kommen, trotz der ganzen Bugs. Das ist das Wichtige. Kann ich einfach nur die Karte nehmen? Nee. Okay. So. Access Card, genau. Warte mal, warte mal, warte mal. Take. So. Gut. Security Door, nee, halt. Hm. Ja, ja, mehr oder weniger. Serialization. Äh, use. Ja, natürlich bieten die sowas. Das ist schon richtig. Wenn man den Kram denn in entsprechende Datenstrukturen gepackt hat. Take. So, wo dann den Cutter, oder? Äh, wo ist der Cutter? Hier. Take. So. Schrauben. Use. Cutter. Äh, use. Ja. Sehr gut. Sehr effizient. Äh, 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 äh. Cutter. Use. Gudi. Gab's hier noch irgendwas zu erledigen? Glaube eher nicht, oder? Hier waren nur, äh, blau, 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 round, pipapo, genau. Ah, jetzt ist er da. Ja, so ein Scheiß. Explosive. Ja, fuck. Jetzt ist er da. Jetzt ist er da. Das blieb uns eben erspart, glaube ich. Scheiße. Scheiße. Ich will den Bug zurück. Ich will den Bug zurück, dass der nicht da ist. Ja, und jetzt? Ich versuch's einfach mal schnell hier. Gut. Ha, 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 ha. Siehste? Das haben wir nämlich eben verpasst. Diese grandiosen Effekte hier. Äh, use. Ja. So schnell geht das in der Zukunft im Anziehen. Huch. Äh. Weiß. Ich use besser mal. He. Oh Gott, oh Gott. More Androids. Was? Wie? More Androids. Ich muss mich verarschen. Ja, ja, ja. Macht ihr mal. Ich kümmere mich so lange mal hier um Kram. Take. 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 Vielleicht muss ich da erstmal glotzen. Warte mal, warte mal, warte mal. Geht gleich los. Forcefield, genau. Irgendwas mit Buggy Overload. Ah, Buggy. Ah. Schätze mal, dass er das meint. Ah. Use. Ge- Genau. So, und jetzt. Time for Joyride. Äh. Können wir, weiß ich nicht, noch mehr reinstopfen. Ja, genau. Can't do that again. Okay. Ähm. Weiß ich nicht. Ob wir noch irgendwas anderes benutzen können jetzt hier? Hm. Äh. Irgendwie nicht. Was müssen wir denn machen? Uns authentifizieren. Damit er losfährt. Treten. Ich glaube, treten wäre jetzt eigentlich das Richtige. Can't talk to that. Vielleicht müssen wir... Pfff, pfff, pfff. Was, was, was? Ach, ich weiß es doch auch nicht. Hiermit mal irgendwas machen? Da reinstopfen. Da reinstopfen. Hier, da. Nicht. Ja, jetzt sind's noch 10 Minuten. Okay. Hm. Ich muss das Ding halt irgendwie aktivieren. Geh ich doch mal schwer von aus. Schieben, schieben. Die Batterie ist jammt gegen den Accelerator. Das Ding ist going... Ja, aber wie? Sehr langer Rocket. Das Ding ist jammt gegen den Accelerator. Ja. Hm. Hm. Vielleicht können wir das kleinere Kabel nehmen. Bei dem größeren meinte er, nee. Ach, das kleinere geht. Ach so. Okay. Gut. Und was machen wir jetzt damit? Tight the steering. Ah. Oh, und jetzt? Oh, und jetzt? I'm a parasitic lifeform that has burrowed into your cerebral cortex and is taking control of your body. How's that possible? And yet here I am. You see, there was never a reactor problem at Luna 6. Oh, I used you to sabotage the engineering section so it would be sealed off and we'd have some quality time with that reactor. Okay, this thing you use to power your lights and your coffee machines isn't just a power source. It's a gateway to another realm, which is where I came through. A reactor malfunctioned a few weeks back and I was able to slip into your reality. It's not what you think. We aren't evil body snatchers like in the movies. We live alongside you as a companion, as your shadow. We improve you by accessing areas of your brain previously untapped. We increase your intelligence and your potential. We will level up the whole of humanity. Oh man. Why did you say that? Because people would never believe. Hmm. I'm asking why. Why? Don't think you understand the situation you are in. If you don't help me now, your people will be here in moments and they will kill you. Cannot be removed. All you have to do is charge the energy frequency for the reactor and open the gateway. And all of this pain will end. So I'll make this simple for you. Open the reactor breach and live forever as a god. Or overload the reactors and die right now. What will it be? The reactor breach. Live forever as a god. Ich will ein god werden. Reactor breach. Destroy reactor. Ne, wir entscheiden uns für Gottheit, oder? Mach ich mal. Ah. Hm. Okay. Wir sind ein Gott. Nehme ich an. Ahem. Ich glaube wir haben gewonnen. Hehehehe. Ja. Gut. Ne, ja. Also. Hier. Game Design. Coding Art. Andrew Walker. Habe ich überhaupt die Namen schon genannt? Weiß ich nicht. Level Design. Coding. Audio. Art. David. Anthony. Writing. Peter Handford. Music. Pavel Moritko. Computer. Voice Over nehme ich an. Jenny Nexus. Cool. Gut. Ist ein bisschen schwierig, das Spiel. Ist ein bisschen schwierig zu spielen, weil es doch ein bisschen buggy ist. aber die Grafik war ganz nice. Die Grafik war stellenweise ganz nice, auch wenn das Rotlicht vielleicht ein bisschen genervt hat. Ja. Kann man vielleicht so zusammenfassen, oder? He. Gut. Oh. Wie. Ich dachte bei 10 Minuten waren wir schon. Irgendwie geht das Spiel noch so ein bisschen weiter. Gut. Also. Haben wir uns das angeguckt? Und wenn ihr Lust habt, dann sehen wir uns im nächsten Mal. Video mit dem nächsten Spiel wieder. Danke. 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 Und bis demnächst dann. Macht es gut. Und tschüss.